Hallo Freunde was geht ab und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Wir haben jetzt hier alle Namen und jeder hat schon etwas zu essen bestellt. Wir werden jetzt einmal ziehen wer zuerst an die Tür gehen muss. Erstmal mischen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr was. Ich auch nicht. Zuerst an die Tür geht. Oskar. Als zweites. Sophia. Und ich als letzte. Mal schauen was wir essen müssen. So ich muss ja zuerst an die Tür. Er hat gerade geklingelt. Mal schauen was ich kriege. Pizza. Mama Pizza zum Frühstück. Wer hat das bestellt? Ich auf jeden Fall nicht. Ich wollte moins. Randy. Wer weiß ob da überhaupt Pizza drin ist. Das sieht schon mal gesund aus irgendwie. Ich bin echt gespannt was es jetzt für mich zu essen gibt. Okay. Jeder hat es in Essen bekommen. Ich glaube ich habe Pizza. Wer hat das eigentlich bestellt? Du Schatz, ne? Ja. Ich habe deins bestellt. Und Sophie hat meins. Jeder hat was anderes. Boah. Ich glaube ich habe... Oh, Poké Ball. Alter. Eine große Poké Ball zum Frühstück. Und ich habe ein Fieber Salad, glaube ich. Ihr habt wenigstens Frühstück. Okay, das ist auch... Ich dachte das ist eine Pizza. Das ist einfach keine Pizza. Sag ich ja. Aber was? Das ist ein Sandwich oder so. Das ist eine Pizzatasche mit Falafel. Okay, also jeder hat mitgedacht und wir haben Frühstückmäßiges. Oh, ich habe Oliven drin. Ohhhh. Ich bin der Einzige der Oliven mag, deswegen habe ich die einfach bestellt. Sonst sieht es richtig lecker aus. Ich hoffe du hast keine scharfe Soße genommen. Sieht aber auch gut aus mit Falafel oder so. Das ist doch nicht so ungesund. Das kann man voll zum Frühstück essen. Mhm. Kann man das immer essen. Manchmal schmeckt nur nach Brot. Ach, ist das so trocken. Aber ich hätte viel mehr Bock auf eures. Also das ist lecker. Die mag ich immer noch nicht. Mann, ich zwinge manche Oliven zu essen, damit ihr sie irgendwann mögt. So Freunde, wir machen jetzt ein kleines Verdauungstäuschen und werden mit euch jetzt eine Runde Cooking Fever zocken. In den letzten Tagen haben wir das so gesuchtet. Das ist ein Handyspiel, was genau zu unseren Videos passt, denn da müssen wir essen, kochen und servieren. Ich bin im Gourmet-Restaurant. Ich gehe zum Burger-Restaurant. Anfangs hat man wirklich hier nur eine Pfanne und ihr seht, ich habe mittlerweile schon vier. Ich habe noch nicht so viel freigeschaltet, deswegen geht es bei mir nicht so krass ab. Mit dem Thunfisch zerhacken, auf den Teller packen und dem Kunden servieren. Je schneller ihr seid, desto zufriedener sind die Kunden. Lasst mehr Geld da und mit dem Geld könnt ihr eben neue Sachen freischalten. Ich habe es geschafft! Drei Sterne! Wuuu! Ja, ich bin jetzt in der Bäckerei. Drei Sterne! Mit diesen Münzen werde ich mir jetzt ein Upgrade für mein Restaurant machen. Den Thunfisch mache ich besser. Hier verbessern. Jetzt habe ich alles verbessert, jetzt könnt ihr sehen. Alles freigeschaltet. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen komplizierter aus. Aber ich kann auch mehr Kunden gleichzeitig bedienen. Ich kann zum Beispiel drei Thunfisch gleichzeitig machen und mehr Nudeln. Und der Thunfisch wird schneller fertig. Man kann natürlich auch mit dem Geld nicht nur die Küchengeräte verbessern, sondern auch die Inneneinrichtung. Ich hole mir ein Aquarium. Hier könnt ihr zum Beispiel mein fertiges Restaurant sehen. Oh Gott sei Dank, trotzdem drei Sterne! Wuuu! Das Spiel ist komplett kostenlos. Also runterladen lohnt sich. Wir werden euch das auf jeden Fall auch im ersten Kommentar verlinken und unten in der Videobeschreibung. Okay, jetzt müssen wir aber essen. Jetzt dürfen wir... Jetzt müssen wir auch essen zacken, Schatz. Und jetzt wird gegessen. Du machst Essen, ich zock weiter. Sophia ist jetzt wieder da und jetzt wird wieder Essen bestellt. So, mal schauen, wer an die Tür gehen muss. Ich! Hat schon geklingelt. Oh, ich brauche noch Trinkels. Leute, ich habe richtig Hunger. Wehe, ihr habt mir irgendwas bestellt. Wir wissen ja nicht, was ankommt. Ich möchte meins auch gerne haben. Hast du auch bestellt, worauf du Lust hattest? Ich war gespannt, ey. Wir haben übrigens die Masken davor vergessen. Ui, das ist aber ein großer Rucksack. Du hast viel Essen drin. Und was hast du bekommen? Weißt du nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, ich zieh schnell einfach eine Karte. Oskar! Ja, ich darf an die Tür. Mal gucken, was kommt. Hallo? Was hat der gesagt? Irgendwas mit Kebab, glaube ich. Das habe ich nicht bestellt. Ihr lacht beide. Das sagen wir auch nichts. Oh mein Gott, ich denke gerade, wir haben einfach alle was ähnliches bestellt. Das wäre so witzig. Hi. Danke. Danke. Das könnte Döner sein. So ein Döner-Teller oder so. Aber ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wer von euch das bestellt hat. Erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Bestellung. Dann habe ich Ihnen auch schon was Süßes mitgebracht, wenn Sie das schon mal nehmen möchten. Danke. Danke. Darf ich Ihnen das Essen geben? Wunsch Ihnen guten Appetit? Alter, ich habe noch nie so einen netten Lieferanten gesehen. Ich habe nicht. Frau Brobeck. Guck mal, ich habe hier auch was bekommen. Ey, was extra. Ja. Nice. Der war zu nett. Also, Sophia hat ihr Essen bekommen. Euren Oskars Essen. Und er hat meins. Ich habe Handy. Schatz, willst du mich Gag machen? Ich habe mich gar nicht alles bestellt. Ja, das sagst du immer. Ich habe gar nicht... Was hast du denn da? Will, du hast irgendwas scharfes bestellt. V? Ist das vegan? Mach endlich mal auf. Das geht nicht. Dein Ernst? Was ist das denn? Was ist das denn? Hasenfutter ist das. Hasenfutter? Ich habe das gar nicht bestellt. Wirklich nicht? Was? Das ist ja nichts. Wer ist da aber nichts? Da fehlt noch was. Wer ist da nicht? Nur das? Ja. Ich wollte rotes Curry. Hä? Wo ist denn das Curry dazu? Das ist auf jeden Fall nicht. Oh doch. Hier. Okay, das ist schon Curry. Das ist schon auch so. Das ist so scharf. Bestimmt. Was hast du? Also ich habe mir richtig leckeres Hähnchen bestellt. Wow. Dann habe ich hier was dazu bekommen. Sogar zwei Nachtische. Die machen das nämlich selber. So ein Stück. Das ist gut. Richtig weich und fluffig. Das schmeckt so gut. Oh, du bekommst auf jeden Fall eine gute Bewertung. Ja. Ich habe das schon mal bestellt. Das ist so lecker. Und was hast du? Auch dirkele. Weißes. Wow. 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 Das ist auch lecker. Ja. Ich habe es wieder. Das war richtig. Man. Oh, ich bin gerade richtig draufig. Hallo, das hat fünf Sterne deins. Ja, aber das ist scharf. Und du weißt, ich mag keinen Scharf. Hier habe ich Töpfischen Salat. Das ist endlich so hübsch angerichtet. Ja. Aber in der Einfachheit liegen ja die Pfing. Ja, vielleicht braucht es. Bis ich essen kann, muss ich erst mal 50 Minuten auspacken. Da hast du noch eine Knoblauchsoße. Sieht so gut aus. Habe ich Lust drauf. Ja, ich auch. Ja, ich glaube, Asgard, ich habe das beste Essen bekommen. Ja, deins ist am besten angerichtet, Sophia. Ja, ne? Also ich muss sagen, ich bin schon echt ein bisschen neidig. Ich bin schon in der Mitte. Ich habe deins mit Liebe bestellt. Ich wollte nicht gemeint sein. Ich freu mich so. Aber ich probiere es mal. Vielleicht schmeckt es ja. Ach, bei mir ist so mehr Brot als alles andere. Mh. 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 Reifst du mir doch unter die Nase? Das schmeckt so gut. Haben wir noch nie bestellt, oder? Wie hieß das? Wie ist deins? Schmeckst du überhaupt irgendwas draus? Also wenn ich... Guck mal Mandy. Ich kann das alles so rauf tun und mischen. Mh. Ist das so leid? Ich auch. Rauf tun auf die Gabel und essen. Wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, dann würde ich glaube ich auch das nehmen oder das. Meins schmeckt immer mal lecker. Ja, es ist nicht schlecht. Es ist okay. Es ist zum Glück nicht so scharf. Aber sowas habe ich auch noch nicht gesehen, dass sie das so liefern. Eins muss man sagen, dann ist da halt eben wenigstens kein Plastik. Ja, das stimmt. Hier ist viel. Das Witzige bei dieser Challenge ist, wenn man etwas bestellt, was man selbst nicht mag, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass man es selbst bekommt. Und dann muss man es auch essen. Mh. Also es ist die Frage, ob man was Gutes bestellt oder andere bekommt. Oder jemand einen anderen Ärger hat, um die Gefallen auf das selbst zu machen. Ja. Oh, das ist trocken. Oh, unten ist die Weckersoße. Ja, die sauer ist scharf. Da hast du Glück, dass es nicht gemischt war. Umso weiter ich nach unten komme, umso schärfer wird es. So, ich probiere jetzt hier einmal den Nachtisch, den ich dazu bekommen habe. Sieht aus wie Tukos. Ja, das ist irgendwas Türkisches, aber ich weiß den Namen nie. Das ist wie Zuckergebäck. In Honig ist das so drin, aber es ist so lecker. Mh. Ist aber mega süß, oder? Schmeckt. Boah, im Ausgasvideo haben wir gestern auch Baklava gegessen. Boah, lecker. Denn da gab es einen Tag lang nur Sandwiches. Ob Baklava zu Sandwich gehört? Das seht ihr in dem Video. Ich werde jetzt einkaufen gehen und werde noch ein wenig an meinem Kochbuch arbeiten. Ich habe es fast geschafft. Es fehlen nur noch 22 Rezepte. Und auf dem Weg gehe ich noch eine große Runde und sammle ein paar Schritte. Denn aktuell habe ich hier eine Challenge auf Instagram laufen. Also, falls euch gerade die Motivation fehlt, dann schaut gerne mal vorbei. Bye. Und es geht weiter mit der nächsten Mahlzeit. Hier darf allerdings der Lieferant einen Zettel ziehen und darf bestimmen, wer das essen darf. Ich habe mich für Burger entschieden und zwar habe ich einen Most Wanted Burger bestellt. Und die waren so lecker in der Hoffnung, dass ich das diesmal essen darf. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, oder Leute? Bin gespannt, was ich bekomme. Ich habe einen fitten Cheeseburger bestellt mit Pommes und Wasabi-Mayo. Oh nein, ich mag gar keine Wasabi-Mayo. Ich wollte eigentlich Tuffel-Mayo bestellen. Das ist typisch, ey. Ich hatte auf zwei Sachen Lust. Einmal Pizza und einmal Sushi. Und ich habe mich für das zweite, weil ich ja noch auf Diät bin und ich habe einen neuen Sushi-Lieferanten entdeckt mit fünf von fünf Sternen und ich liebe es, neue Fünf-Sterne-Restaurants auszuprobieren. Deshalb habe ich mir Sushi bestellt. So Leute, ich habe gerade was richtig Leckeres bestellt und zwar habe ich Indisch bestellt. Auch schön mild, damit alle das essen können. Mandy mag ja nicht so gerne scharf und ich esse auch gar nicht so gerne richtig scharf. Deswegen habe ich ein leckeres Chicken Macan bestellt. Ich denke mal, das ist irgend so ein Chicken Curry, das stand mit Tomatensauce. Hört sich auf jeden Fall lecker an und ich bin gespannt, wer das essen darf. Ich habe so hunderte Leute. Zieh mal eine Karte. Kannst du eine Karte ziehen, wer das essen darf? Oscar. Danke. Vielen Dank. Tschüss. 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 Yes, mein Essen. Ich sehe es, ich sehe es. Burger. Einer meiner Lieblingsburger. Ja. Hast du ihn selber bestellt? Nein. Danke, Schatz. Du hast für mich Burger bestellt. Ich bin zwar auf Diät, aber das muss ich mir nicht zweimal sagen. Ich muss Oskar ziehen. Du musst nochmal ziehen. Nein. Du hast schon mehr Essen. Ich will nochmal. Noch mehr? Du, Kaya. Danke schön. Kannst du vielleicht eine Karte ziehen? Für ein Video? Okay. Die? Okay, danke schön. Das ist meine Karte. Du hier. Dein eigenes? Ja. Schon wieder. Ach man, warum kann ich nicht mein eigenes selbst ziehen? Dann weiß ich nicht, was du bekommst. Oh, bitte, Schatz. Ich habe so Hunger. Also, zwei Stunden warten wir auf die Bestellung. Wehe, es ist was Schlechtes. Dann rast du noch mehr aus. Hallo. Hallo. Hallo, grüß dich. Tschuldige, heute ist die Runde los. Ach so, okay. Als ich den Mann gesehen habe, tat es mir irgendwie wieder leid. Oh mein Gott, Leute. Um 22 Uhr. Meine Nerven liegen blank. Das hat echt zwei Stunden gedauert. Wir haben noch nie bestellt. Ich dachte, der ist vielleicht gut, weil er wieder bestellt hat. Oh, Sushi. Oh, lecker. Aber ich hoffe, welches, was ich mag. Oha, wie viel. Ich dachte, Sophia hätte sich bestimmt darüber gefreut, wenn wir das gekauft haben. Ja. Aber witzigerweise wollte ich auch erst Sushi bestellen. Ich war erst, aber ich habe dann so einen Chicken. Oh, ich wollte dich auch erst bestellen. Sogar nicht, damit alle das essen können. Das sieht geil. Oh, darauf hätte ich jetzt am meisten Lust. Das zeigt halt ein Sushi. Ich kann auch tauschen. Geil. Aber wo ist mein Chicken Sushi? Chicken ist... Echt? Paar mit Chicken, Paar mit Lachs. Oh, aber es sieht irgendwie so hell aus. Ja. Ist ziemlich viel Reis, nicht so viel Füllung. Ja, aber richtig viel Soßen. Hier sind Pommes in so einer richtig geilen Tüte. Ich feiere das für euch mit Fasabi Mayo. Und hier ist der Burger. Es ist ein Most Wanted Cheeseburger. Du hattest echt Glück gehabt. Ich wollte erst einen mit Bacon bestellen. Der sieht super aus. Guck mal, eigentlich kann ich hier so in der Mitte von jedem bisschen was nehmen. Ich stelle fest, Fasabi Mayo passt nicht zu Pommes. Ich wollte Trüffelmein bestellen. Die bestellen einfach und dann guckt sie, was sie bestellt hat überhaupt. Warum? Sag das doch nicht so laut. Pommes bestellen finde ich sehr schwierig, weil die dann nicht mehr knusprig sind. Und vor allem, wenn man zwei Stunden warten muss. Boah, meins ist richtig lecker. Schmeckt? Ich kann es noch nicht einschätzen. Vom optischen her ist das ein bisschen viel matschiger Reis. Finde ich auch. Also es geht. Wo ist meine Soße? Was du gerade aufgemacht hast? Ey! Zwei Milch. Jetzt werde ich meinen Burger essen. Der sieht so aus. Der Most Wanted Cheeseburger. Da haben wir es schon ein paar Mal bestellt. Da habe ich Glück gehabt, dass ich den gezogen habe. Oder dass der mich gezogen hat, besser gesagt. Aber es ist okay, Sushi. Es ist zwar echt nicht so gut wie Alster Sushi, aber man kann es essen. Ich zeig das nochmal hier. So sieht ein geiler Medium Burger aus. Aber Sushi mit Cocktailsoße ist lecker. Echt? Ja. Es ist richtig lecker. Ist das so eine normale Cocktailsoße? Die kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und weißt du warum das glaube ich so lange dauert? Weil man kann sich sogar die Toppings aussuchen. Das heißt, die Sushi sind nicht vorgefertigt. Du suchst dir aus, was oben drauf kommt. So ein Tankomehl oder Sesam oder Schnittlauch. So Freunde, ihr könnt gerne in die Videobeschreibung schauen. Dort gibt es scheinbar noch 44% auch alles bei MyProtein. Und bei Amas gibt es noch 20%. Für Sophia haben wir auch ein Video gedreht. Und zwar hat sie einen Tag lang unsere Reste bzw. die Reste der Nachbarn gegessen. Und jetzt geht es weiter mit dem Video von Oskar. Und zwar haben wir wie gesagt einen Tag lang nur Sandwiches gegessen. Wir haben sehr viele Sandwiches selbst gemacht und die waren unglaublich lecker. Schaut euch das Video jetzt an und bis zum nächsten Mal. Abonnent nicht vergessen. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.